Jo Leute, Quilperkatschillig am Aufnehmen und ja, ihr seht ein Gastcommentary von mir auf dem Channel vom 66 Shadow und dann sofort auch mal ein riesen Dank an dich Shadow, also ich kenne dich ja schon ziemlich lange, muss ich sagen, und ja, danke an dich, dass du mir diese Chance hier gewährst, ein Gastcommentary auf deinem Channel zu machen, weil du hast ja doch, so ein paar Abos mehr als ich und da kann ich dann noch bestimmt ein paar von mir überzeugen, denn ich bin der Mann mit der magischen Stimme, wie mich viele und ja, ich hoffe und ich werde dann sehen, ob der Schein nicht so trügt, sondern es auch weiß und ja, ich muss zu dem Gameplay sagen, es ist in Modern Warfare 2, er spielt da, ich keine MW3 Gameplays mehr zeige, vorerst, also vielleicht so zur Not, wenn ich gerade keins zur Hand habe oder so und ja, er spielt mit der AK-47 und den Extended Max, mein absolut Favorite Class, so wie ich die habe in MW2, AK Extended Max, hab auf Nuke gespielt, Heria, Chopper, Nuke, ich sag vorab, ich werde diese Nuke nicht erreichen, ja, ich fahle sie zweimal, also richtig fein, weil, ah, nein, ich hatte die AC-130 dabei, das war nämlich der Fail, ich kann mit der AC gar nicht spielen, hatte die AC trotzdem dabei, weil ich gefällt hatte und ja, kein Chopper, deshalb die Nuke, beim zweiten Anlauf hätte ich sie dann fast gehabt, aber da ich die AC dabei hatte und nicht den Chopper, Fail, naja, auf jeden Fall, ähm, ja, ich werde oft aufs Gameplay eingehen, hab trotzdem ein Thema mitgebracht, doch dazu später, ähm, ja, ich bin, also erstmal zu meiner Person, ich bin 15 Jahre alt, ich bin seit, lass mal eben überlegen, seit Dezember knapp auf YouTube dabei, ja, Ende Dezember bin ich dabei und hier, erste Situation, ich sehe, die haben C eingenommen, ich warte, hoffe, kommt keiner und was mache ich, ich drehe den Rücken zu und das sollte man natürlich nie tun, ich weiß auch nicht, was ich da gedacht hab, ja, naja, das Gameplay geht 58 zu 8 aus, nicht so schön, weil ich am Ende noch ein paar Mal verreck, aber, naja, ich fand das jetzt eigentlich ganz nett zu zeigen, also, dass auch ein YouTuber, auch wenn, auch wenn es nicht so ein großer ist, immer die Nuke, sogar die Double Nuke, so richtig schön feilen kann und eben ja, Perks, Blünderer, Feuerkraft und Ninja hab ich noch gar nicht angesprochen und, ja, also, wie gesagt, ich gehe oft aufs Thema ein, hier hab ich mir so ein bisschen gedacht, ja, die haben A und C, bleibe ich mal erstmal bei A in einem sicheren Versteck hier, denn ich spiele nicht oft auf Nuke, ich spiele erst selten, also, seitdem ich MW2 wieder regelmäßig spiele im Bodenangriff auf die Nuke, hab sie dann letztens zweimal geschafft, hab leider nicht recordet und, ja, am Ende waren die Stats auch nicht so Bombe, da ich mit, ja, Kollegen gespielt hab und, ja, da hab ich sie nicht sofort rausgebasht und dann bin ich noch ein paar Mal verreckt und das war nicht so ideal, aber, naja, was soll's hier, wie gesagt, eine Double Nuke-Fail, aber an sich trotzdem ein sehr schön erspieltes Gameplay, wie ich finde und ich kann diese Klasse nur jedem empfehlen, in MW2 damit mal zu spielen, also im Herrschaft sollte ein Schall, ach, äh, Freifall oder S&D sollte ein Schallämfer drauf, das sag ich von Anfang an, aber, naja, also mein Thema, auf das ich kommen möchte, ist ein bisschen der Sport, ähm, ja, ist ja schon wieder dieses Jahr die EM in Deutschland, ach, in Deutschland, die EM in Deutschland, in Polen und der Ukraine und da gibt's jetzt auch, ja, wieder viele Skandale, mit Toberbo und dies und das, dass die da Hunde verbrennen oder sonst irgendwas mit den Hunden machen, solange die von der Straße runter sind, ist egal, ähm, ja, hab ich kein Verständnis für, also, wie gesagt, ich, mir ist das jetzt nicht unbedingt egal, aber ich interessier mich da nicht groß, weil ich kann da sowieso kommen, was zu sagen, naja, hier den Harry, den hab ich so ein bisschen gefailt, unter anderem, weil wir, äh, alle Positionen gesichert hatten, aber er macht trotzdem ein Kill, ähm, und, äh, ja, ähm, außerdem wird ja auch viel, auch wird in letzter Zeit oft gesagt, also hab ich oft gehörte, dass Deutsche zu wenig Sport treiben und, ja, dass Kinder immer fettleibiger werden, da hier seh ich, dass ich die AC hab, hab mich richtig geärgert, weil sonst hätte ich die Nuke wahrscheinlich gehabt, und da seht ihr jetzt rechts kommt der Heinz, okay, jetzt links kommt der Heinz reingeflogen und das war mein größtes Problem, dass ich noch hier drin geblieben bin und nicht sofort weggelaufen, ja, und deshalb mach ich jetzt erstmal ein schönes Streak mit der Waffe, ja, war auf jeden Fall ein Fehler, nicht wegzugehen und meine AC zu rufen oder da meine AC zu rufen, also, das ging gründlich in die Hose und hier im Hintergrund ist, bei mir ist gerade ein Feuerwerk, ich hoffe, ihr hört das nicht, ähm, aber naja, auf jeden Fall, wie gesagt, man sieht oft in den Medien in letzter Zeit, so, dass deutsche Kinder immer, äh, also, irgendwie ein Fünftel oder so, der deutschen, äh, Kinder über, auch ab, bis zwölf Jahre oder so war das, glaube ich, da hier seh ich, der Heinz schießt auf mich schnell wieder rein, auch wieder in der Situation, mhm, und hier kommt jetzt der Schöne, ja, da hab ich mir die Clip-Camp sofort anguckt, Pille, SteadyAmpro, fuck you, mhm, ja, also, werden immer fettleibiger und dazu muss ich auch sagen, ähm, ich will jetzt kein beleidigen damit, wenn einer von euch Hartz IV hat, da kann keiner was für, denke ich mal, ähm, dass die Hartz IVs, die sagen ja auch immer, ja, wir haben nicht die nötigen Mittel, wir haben nicht das nötige Geld, ja, dazu muss ich allerdings sagen, so ein Kopfsalat oder sonst irgendwas Salat kostet wesentlich, wesentlich weniger als, äh, eine Tüte Gummibärchen, oder auch eine Tüte Gummibärchen, als das, was die, was man so im Fernsehen halt sieht, so in den Nachrichten, whatever, und ja, hier seht ihr, dass ich kein, das, gilliger AC-Flieger bin, also, und das hat mich super geärgert, auf jeden Fall, ähm, ja, ich muss zu mir sagen, ich mach nicht sehr viel Sport, ich hab leicht Athletik gemacht, ich hab Fußball gespielt, aber, ja, das macht nach einer Zeit einfach nicht so viel Spaß, wie mit seinen Kollegen Xbox zu spielen, muss ich allerdings sagen, und ja, ich spiele auf der Xbox, der Shadow spielt ja auf der Playstation, aber mir ist das so rille, wer auf welcher Konsole spielt, soll jeder spielen auf der Konsole, auf welcher man will, auf welcher man es besser findet, ich finde die Xbox persönlich besser, da mehr Community gibt, finde ich, jetzt keine Anspielung auf die Playstation oder so, ich finde die Community auf der Xbox ist besser, allein durch den Partychat zum Beispiel, der Controller von der Xbox finde ich auch, den Controller von der Xbox finde ich auch besser, also, lässt sich drüber streiten, und, ähm, ja, auf jeden Fall, wie gesagt, ich mach nicht so viel Sport, mach jetzt, äh, Ende, das, ich mach jetzt im Juni meinen Abschluss, hoffe ich, aber, denke ich, man sollte hinhauen, wünscht mir Glück, ha, naja, und, ähm, ja, dann geh ich aufs Berufskolleg, mach da mein Vollabi, und, ähm, ja, dann möchte ich auch wieder ein bisschen mehr Sport machen, und, äh, ja, müssen wir mal schauen, also, weil dann gehen viele Kollegen auch arbeiten, dann kann ich gar nicht mehr so viel spielen, da hier sieht man auch wieder ein bisschen den Aim Assist, ob ich ihn ausgeschaltet hab in der Xbox-Steuerung, kann man nichts machen, ja, versucht man halt, man versucht ja schon viel Sport zu machen, aber ich persönlich mach gar keinen Sport, ich mach drei, äh, dreimal, äh, drei, mal, äh, 45 Minuten Sport in der Woche, und das ist der Schul-Sport, und der ist total lächerlich, ähm, aber, naja, so, hier hab ich jetzt den Non-Harrier, ich weiß nicht, wo der zweite Kill her kam, muss ich sagen, und hier dachte ich schon, ich bin am Ende, und, ähm, ja, jetzt kommt der feindliche Harrier, ja, geht genau da drüber, da hatte ich auch schon wieder so Muffe, renn noch mal zurück, und renn noch mal zurück, boah, da dachte ich auch schon, wäre das gelaufen, ey, Leute, Leute, naja, auf jeden Fall, ähm, äh, ja, dann ist ja auch, wie gesagt, die EM, äh, in Polen und der Ukraine, und, ähm, ja, also, ich werde auf jeden Fall viele Spiele gucken, also, Deutschland Spiele, und, ähm, ja, also, ich hab WM, EM und so, macht immer super Laune, bei, mit den Eltern oder Kollegen zu chillen, bei irgendwelchen Bekannten oder anderen Kollegen, also, macht auf jeden Fall sehr viel Spaß, das immer zu gucken, da hier sieht man die Schütze und Patsch, ähm, also, auf jeden Fall, Fußball mag ich eigentlich schon, ich bin jetzt nicht so der Bundesliga-Fan oder so, und da hier krieg ich die AC, und jetzt könnt ihr noch mal sehen, was für ein schlechter Schütz ich bin, und deshalb hab ich die New-Gow gefailt, ähm, aber, was soll's, also, ich hab mal, und dann, äh, ne Video-Frage auch gleich im Nachhinein, wie steht ihr eigentlich zum Sport? Also, wie gesagt, ich mach wenig Sport, macht ihr viel Sport, mögt ihr Fußball, guckt ihr die WM-Spiele von Deutschland alle, und, äh, was tippt ihr für die WM? Also, ich tippe, dass Deutschland, äh, ja, sagen wir, ins Viertelfinale kommt, also, denke ich jetzt mal so, oder hier, ich nehme rausgegeiert, ähm, ich denke mal, dass Deutschland ist ins Halbfinale, auch ins Viertelfinale auf jeden Fall schafft, weil, äh, die haben ja keine sehr schlechte Mannschaft, muss man schon sagen, da hier dachte ich, er rennt jetzt zu mir rein, hab, also, hab mich auf ihn konzentriert, weil er da in mein Haus reinrennt, aber jetzt ist sowieso Ende Gelände, da, und da ist er auch schon, und da hol ich ihn mir, aber wie gesagt, die Nuke ist nicht drin, könnt ihr ja mal zurückspulen und mitzählen, welche Streak ich da hatte, also, ich weiß dann, ich hab da auch aufgehört zu erzählen, als ich die AC hatte, ich hätte auch nicht gedacht, dass sie dann nochmal auf den AC kommen, aber, naja, auf jeden Fall ist es letztendlich ein recht schönes Gameplay, auch wenn ich zwei Nukes versemmelt hab, und hier, da, da hab ich sie auch immer versucht, schon am Spawn einzukesseln, und hat auch recht gut geklappt, aber dann hatten sie hier B, und, ja, das war dann ein blöder Mist dabei, und, ja, ich muss sagen, ich zeig jetzt, also, auf meinem Channel zeig ich nur noch MW2, CD4, Black Ops, und, ja, ich hab eine, und FIFA demnächst auch wieder mehr, und Battlefield 3 auch mehr, also, ich hab in letzter Zeit sehr wenig davon gebracht, ähm, aber, ähm, könnt euch selber davon überzeugen, also, schaut doch einfach mal vorbei bei mir, ähm, und, ja, ich denk mal, dass der Shadow mich verlinken wird, denn er ist ein korrekter Typ, nein, ich hab nichts gegen Türken, oder so, ich find die eigentlich, die meisten recht sympathisch, hab auch viele türkische Freunde, also, ich hab nichts gegen Ausländer an sich, und, ähm, ja, also, das Gameplay geht knapp 10 Minuten, und, ähm, ich hatte eigentlich, ja, genau, eine Serie bei mir, die heißt, äh, Livegebäsche, äh, beziehungsweise Liveklappe, die Punkt, 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 Livegebäsche, und, ähm, ja, da, nehm ich mir 5 weitere Kollegen und spiel MW2, suchen und zerstören mit irgendwelchen verkrüppelten Klassen, und, ähm, ja, dann machen wir da ein bisschen Mist, ein bisschen Spaß, und, also, das ist echt eine Serie, die bei mir super gut ankommt, also, schaut es euch mal an, auch wenn ich euch jetzt nicht so gefallen ist, kann ich euch echt empfehlen, die einen Teil der Serie mal anzuschauen, und, ähm, ja, bewertet das Video, geht auf mein, besucht meinen Channel, wäre super nett von euch, und ich bin raus, macht's gut, Leute, bald euer Lächeln im Gesicht. Mission gescheitert, wir schnappen sie uns,